Oh, das bindet mal die Serviette um, nicht wahr? Und jetzt geht's los. Aber das sieht ja prima aus. Das wird bestimmt gut schmecken. Ja, mal ganz was anders. Das mag ich nicht. Ich mag das auch nicht, wenn der Kunde das ich mag. Ihr esst das, was auf den Tisch kommt, oder wir fahren sofort nach Hause. Oh, fein, dann gibt's ja Sauerdraben. Ich kann mit Karl-Heinz Maulwürfel jagen. Jetzt wird gegessen, ja? Jedes Land hat seine Spezialitäten, nicht? Die Spanier haben die Stiere, die Engländer die Schotten und die Italiener die Nudeln, nicht? Also, Mahlzeit, Prost! Unser Karl-Heinz muss noch warten. So, dann bekommt er auf dem Zimmer eine schöne Dose Schappi. Darf ich das Schappi von Karl-Heinz haben? Ich geb' ihm dafür meinen ganzen Teller. Alfons, deine Kinder sind pervers auf Hundefutter. Schluss jetzt, keine Debatten mehr, ja? Der Hund braucht keine Nudeln zu fressen, aber wir schon. Kuno! Kinder, ich zeig' euch jetzt, wie man Spaghetti isst. Ja? Setz mal deine Brille auf. Passt auf. Man nimmt die Gabel, steckt sie rein, dreht um, nimmt mit der rechten Hand den Löffel und dann... Oh! Oh! Gib' mal die Schere! Die Schere! Guck' mal, der Gartenschläuchler mit den Seinen. Wie die die Nudeln inhalieren, sowas Primitives. Vorhinein! Benvenuti, Signore. Sie wollen mangiare? Sie brauchen Tee? Sprego! Was? Da kommt der ganze Massagesalon. Und die Petra hat sich schon einen Papageien angelangt. Papagello heißt der. Das sind doch diese Wüstlinge, auf die unsere Urlauberinnen immer so scharf sind. So ein Papageno möchte ich auch mal werden. Da ist einem nie langweilig. Musst du denn immer vor den Kindern solche Bemerkungen machen? Der Kuno ist aber sehr früh entwickelt. Ich möchte wohl wissen, von wem er das hat. Von wem? 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 Wer ist denn da? Guck' mal, Heimo. Was für eine Überraschung. Ja. Gesegnete Wahlzeit. Auch für Sie. Bon Giorno. Wie sowas auch hier? Nein, sieht nur so aus. Herr Heinz. Aber setzen Sie sich doch. Herr Heinz. Na, sehr freundlich. Heimo, hilf! Geh an, Volk. Komm, setz dich. Ich komme sofort. Eltern, Autorität, keine. Der Urlaub fängt an. Völlig ignorieren. Gut so. Mahlzeit, Zuland. Das ist Humor. Das ist Humor. Mir reicht's. Das hast du prima gemacht, mein Mädchen. Bruder, aber... Jetzt geht er hin und sinkt nicht mehr. Si, permesto, Signorina. Oh, yes. Oh, das waren ja tun. Very nice. Come on, sonny boy. Komm, wir beginnen Katzen. Ach, der ist aber schön reingefallen, was? Töne! Hahaha. Fajalina. Boa, ha, ha, ha.